Warum soll ich das so machen? Ja, das ist so, ja, ne? Was ist denn das? Ähm, wir haben auch noch ein bisschen Interesse drin. Sind die auch angenehme Rosenzücher? Ich weiß ja, du fragst die auch nur seit der Luft. Nein. Susanne! Susanne! Oh, das ist so. Äh, nein. Aber es gibt keine Internet-Verkennung. Ein Gewächter, oder? Was ist das? Okay, okay? Ja, das ist gut zu sehen. Kannst du kurz mit der Wiese, bitte? Danke, danke.